Max Controlin Herr Direktor Badelt, wir ermitteln im Mordfall gegen Ihren Jahresgebiet. Ja, also. Ich muss Ihnen doch nicht sagen, dass Sie unser Hauptverdächtiger sind. Wo waren Sie zum Jahresabschluss zwischen 22.30 Uhr und 24 Uhr? Ich weiß nicht. Wahrscheinlich zu Hause bei meiner Frau. Da war es doch schon viel zu spät. Das alles hat doch schon viel früher angefangen. Der Umsatz war so... Hören Sie auf, bis dem Umsatz in die Schuhe zu schieben. Anfangs war er so klein. Und dann, im zweiten Quartal, begann er nach oben zu schießen. Und davon haben Sie sich mehr geholfen. Schuld hatten die hohen Kosten, die plötzlich ins Haus standen. Damit hat doch keiner gerechnet! Sie haben nicht damit gerechnet, Herr Direktor Badelt. Und es kommt auch noch hinzu, dass Sie schlecht kalkuliert haben. Garbage in, garbage out. Wissen Sie eigentlich, was Ihnen droht, wenn Sie jetzt nicht gestehen? Sie werden die nächsten 15 Jahre... Was? 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 Max Controlling Die Software zum Erfolg Jeder, der steuert und plant Braucht stets die Fakten zur Hand Tax-Man, Mass-Man, 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 Mass-Controlling Loser, der steuert und plant